immer noch da schon wieder hallo das ist das ist übertrieben wird bei den eigentlichen spielen habe ich auf f12 immer meine tasse für video und mein screenshot hast ich habe übrigens stein genommen okay ja das ist doch nicht wahr wir hatten übrigens gerade schon versuch aber ich habe ich weiß gar nicht ob ich weiß gar nicht hier ich habe ein gutes deck gebildet neuer hier vielleicht an meiner hand geht aber ich bin so hoch falls ihr das nicht versteht weil also ist ein wat deck ne ach so ist exodia ja ja ich habe ein exodia weg genommen weil ich weiß dass er dann auch so ein verteidigungsdeck glaube ich habe hoffe ich hätte jetzt einfach ich hätte jetzt einfach blauiges drachendeck werden habe ich das nicht gemacht da hast du überhaupt dings dabei ja was soll ich denn beide selbst ausgefundenen warum hast du es live verbringen siehst du noch ach so hast du so eine so eine hand ist in der hand es gibt so eine karte damit kannst du mehr als sechs karten auf der hand die werde vielleicht hilfreich bei sliver also die limitierung auf von der hand sie einfach nur damit du nicht versteht was ich hier mache dann lernt einfach englisch ja ja ich erkläre dass mein deck basiert darauf alle fünf teile die sechs karten dann was passiert jetzt weil dann war nicht sieben oder so wird man instant nein man kann sechs tragen und es gibt so eine karte ich habe sieben ja du musst du musst am ende des zuges sie abwerfen eine nee was wenn ich jetzt eine platz sie dann muss ich auch keine wegwerfen ja da hast du aber nur sechs karten auf der hand ja aber ich habe jetzt sieben ja dann platzieren da hast du sechs karten auf der hand ja aber ich könnte jetzt in die battle face gehen natürlich 7000 attack mit sliver ja ja dann dann nervt mich doch nicht er kann ich dafür verwenden ich habe jetzt auch ich mache jetzt ernst ich ziehe sogar meine schiene aus bitte 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 ja aber jetzt schon gewonnen ist mir schon mal passiert dass du beim ich soll ja kann in der hand hat es wurde nicht was passiert ist einfach mal alle exodia kann ich habe mal im range nehmen im anderen habe ich mal die starthand auf 66 karten jetzt stellt man hat dann in zerex natürlich auch an fangen die ist gut auch junge ja die marshmallow und ich bin was mein ich ihm marschmeln aber okay ich weiß nicht mal die marschmeln machen das gut herr der ringe richtig ja guck jetzt muss ich eine karte abwerfen das war ziemlich dumm ach man ich weiß nicht was ich machen soll kollegen ja stimmt ich kann die karten mal erklären diese karte verbinde ich nicht weil ich angst vor dieser karte aber weil die einfach eine karte jetzt erst hört und dann weg 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 ich kann einfach alle jahre hatten freien ja natürlich und so viele ausgehen wie du willst warum nur fürs live oder was nein ich habe gar keine extra deck warum warte mal wie sie kann drei text hat hat marshmallow was wie viel text hat hat ja das funktioniert dann nicht was ich auch blägt gg so und diese karte soll ich nicht erklären die auch nicht äh ihr könnt sie durchlesen hier steht der effekt hier die karte in einfach eine abbildung und also wie er hat auch wirklich schon drei marschmeln und da verstehe ich verstehe nein das sind übrigens wieder keine drei marschmeln ja es nämlich zwar und menschenfresser aber wenn ich glück habe kann ich sie bin ja ich auch ich habe nicht so der weg das ist gar nicht cool okay ich mache es war ein bisschen spannender kenne ich die karte links das ist doch klar ja ich habe hier noch junge genau deswegen nicht die karte nicht legen wie viel scheiße hast du aber ich kann den einzug gewinnen okay dann gebe ich dir die limitierung zu 20 alles gut weil ich glück habe habe ich gewonnen ach so ach so ach so sehr ich auf der karte bei werfen ihre hände weg oder was das ist der ort dass er ja mal cool aber danke dass du mir die karte gesagt hat sie muss ich mir noch später ja du weißt den namen ähnlich ja aber gut will ich äh kann ich nicht in die marke sind aber gegen exodia benutzen ey bitte 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 das ist doch nicht wahr ok ich habe gewonnen nein bitte ich kann nichts dagegen machen ich habe schon alles für einen teiler du hast ne karte weg ja ok nimmern nimmern normales deck so easy ja er hat sich bezertet aber ich muss irgendwas kanzel da stand da stand erst win und danach du hast gewonnen durch den effekt von exodia äh exodia äh wir spielen noch eine runde würde ich sagen wieder in 30 Minuten ja aber mit nem richtigen deck spielst du diesmal kein Wattdeck sonst ich schick durch haha wollte ich gerade auswählen nein nicht ich wusste es deswegen muss ich es vorzeitig sagen damit du auch kein Wattdeck ich glaub ich mach kann ich das auswählen na 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 ja na qushow na da t theo wir Ja, das ist ja noch besser. Warum ist es ja Level 1? Warum habe ich den? Warum habe ich den? Warum habe ich den? Das check ich nicht. Was? Was für eine Spezialgeschichte? Von wie aus? Der Bedinger. Oh, nice! Oh, an den erinnere ich mich. Ich habe den nicht in Erinnerung, ich weiß nicht warum. You can destroy all over face up attack position monster on the field. Okay, das finde ich gar nicht cool. Oh, der ist auch sogar ziemlich eh freig. Weißer Monster your opening control ist. Ah, fick dich doch. Ja, es ist jetzt hilfreich. Dann greif doch an, wenn du dich traust. Weil ich so sicherlich da kein Menschenkäfer hab. Ach, das Scheiße, ganz hoher. Oh, nein. Egal, du kannst ja eh nicht angreifen. Ah, ne, ich will, ich will noch nicht. Und specialbeschwert den fünffachen, vierfachen Monster. Digga, er macht einfach alle deine Kartenberg. Loser und stirbt sofort. So ein Gefäß. Ja, ach so, ja, stimmt. Hey, da greif auch, wenn du kannst. Ach, so kann sie ja nicht. Ja, du scheiß Loser. Ja. Das ist das Spiel geklappt. Nein, das ist nicht mal meine Taktik. Ja. Ach so, ah, ich will jetzt eine Läden, aber man kann es nur einmal Paterner gehen. Das war jetzt nicht sehr klug von mir, aber ich habe eine andere Idee. Ja, ja. Und ich will noch ein Level, sie ist sehr schön. Battle Faiza, Riesen-Archmark ging und im texten. Und jetzt reden, die Mitglieder zu sehen wie der Karten nachdem hat. Ja, das ist nicht so. Und jetzt, die verdient, was, was, was wir richtig schlecht genannt ist. Es ist das geringstehende Feldwünsche. Ja, das ist nix. Das ist gar nicht so, was die Gefäßung sind. Du gleich inέ�n. Ja, das ist das. sie schon zu sagen noch so und noch so und die Fakirien noch den Schritt Aschein das sind wirklich im Weg weh den Menschenfresser für die einen der ihre Flächen verdeckt gelegt Prozent ja warum nicht das war aber nicht mehr als meine Hand greift doch endlich an auch konnte ja nicht wegen spüren politische Schwerter du Loser würde das hier macht dass er nicht angreifen kann für die nächsten Zeit hören heißt der Ex die euch in den Effekt Alexandrite Tarragon das Angriff an den Prozent 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 jetzt die Karte weg ja aber erzeugt nur ein Bild nein ich habe einen Toten ein das ist die ist die zwei Runden Karte nicht für Karten kenne ich nicht A was scheiße um a m was was perfekt und wer und wer so und jetzt gleich nicht den rechten an das war mir doch klar und jetzt menschenfresser schade ich bin gleich tot ne ich weiß ich weiß ich freue mich bei ihr nicht um ehrlich zu sein machen wir das ding ich hab auch nur das mache ich hätte ich das platzierte die er den vorteil dass du dadurch angst hättest dass es das ist was du denkst ach du scheiße bitte ich habe den tipp gleich mal den ganzen warte mal was konnte noch der nicht marshmallow beschwert dass ich jetzt auch endlich ab bei 100.000 likes mache ich auf deutsch als ich siehst du schon eine karte auf den frisch gelegt und kann es einmal als speziell beschweren ach so ja stimmt der typ war das dann gehe ich in battle phase ja und wie gestern aktiviere das macht so und was denn dann schaden ach so das ist nicht fair okay dann gleich in ganz außen an dass das ist der mir egal ist ach so du kannst auswählen ja was das denn noch ein 8 ich habe das effekt aktiviert er geht es nicht okay die die für das erste ich nicht bitte 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 ach digga fein das mit dem weg gemacht wenn ich gar nicht hätte wenn er die scheißegal ist weil der mir nichts bringt das mit hallo wird den angeblichen der mir am coolsten aussieht das ist ja ja aber das ist ja nicht verband er richtig die 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 so ja ja der war mir wichtigste ich glaube ich habe mir eine runde leben eine runde okay damit habe ich auch nicht so gewonnen ist nein unoffiziell jetzt bist du tot jetzt okay ich töte mich wenn du kannst du kannst du ich weiß du kannst mit dem rechter technik gern warum habe ich habe sogar zweimal menschen gewonnen habe ich nicht einmal getötet eigentlich da habe ich dir nur eine chance gegeben liegt nicht daran dass ich mich verklickt habe schon game gib mir das was ich will ach nicht dass den es bringt ja aber gar nicht wenn ich eine high attack monster auf dem feld ja ab jetzt spielen wir wieder ernst doch weg damit das kannst du auch machen das ist immer sicher gehen da ist aber dann geht es schön zack jubi jubi so greif an wenn du den boom hast da bekannst du ja nicht ja ich habe ich habe also steht ein zu nein 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 wollen ja ich so eine ganze liste machen so an 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 den sie mir fände ich nicht cool ein hat wenn es nicht mehr kann man mehr leben denn die lüge dem lenni bündner nämlich die klinik einst geworden denn wohl ich stehe mann so auf den dinge auskirr ist leiser beschwenden dann 1000 Teckert maximal außer ich habe Glück und ziehe die richtige Karte kann ich doch gewinnen was liegt denn hier schon alles auf dem Stapel ok soll ich dich wieder töte mich wenn du kannst ja was auch immer wacht ach so zu doof und nach so die Katze nachträglich aktivieren ja aber es war sich nicht zu oder egal darum geht es überhaupt nicht ja aber jetzt kann sich nicht mehr zählen so natürlich nein ich kann die schon mal besser ja menschenfresser warum setzt denn die nicht in Angriffsposition weil mir das noch nichts bringt aber dann wäre die nicht weg ja aber dann wäre ich tot nein ich würde dir gerne nur zeigen was ich da verdeckt hatte aber ne wenn das ich weiß dass es Dings ist deswegen beende ich den Eingriff und mache dies ja wir wollen so hä hast du echt nichts hast du echt nichts gegen nein ich habe diesen scheiß Hammer mit den Musikern draufgegangen soll ich jetzt beenden beende beende wir machen noch ne Runde also und jetzt spiele ich auch mal ernst mit meinem Deck ja ich habe auch noch nicht ernst gekämpft ich auch nicht kannst du auf dem Wattdeck von mir aus nehmen m 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 die richtige karte ist es ist ja so dumm warum habe ich jetzt die richtige karte ja und jetzt hast du sohn der kaffee dich doch in den arsch ja irgendwas was 1100 attack hat so jetzt sollte ich das machen können einfach ist steigt noch um eine stufe geht ja das hätte ich später machen ja ich kann nur das jetzt muss ich ja du hast da schon viel verfickte monster 1 davon ist der verfickte fallen karte was in der tag position wenn der 600 attack hat und das verdient das sind direkt sie hängig ich hatte 100 und 2000 ich habe mir gab kacke es war doch mal scheiß man braucht drei vier fach mit dem buch welt mal Probe wichtig wichtig würde wichtig in der Fakilie noch nicht und dann bin ich gar nicht okay ich meine ich feiere die Musiker ja ich auch der Hälfte ich wünsche ich kenne den Musikinstrument und die Welt blutten können müssen gehen das schneiden wir einfach raus und deine innersten Wünsche so nimmst du die folge ich beschwüre ich das ja jetzt das könnte hilfreich sein stopp aktivieren ja sogar gebanischt da kommt achten tief auf die radio healer mit weißen haaren so was ja ja das bin ich schon verstanden so ein marschmeldung von dir ist weg ja ach so dass wir marschmeldung geklaut was heißt das jetzt hat man manchmal weggeleben und dann also ich ziehe dir die ganze karten aus seinem weg ich mir doch egal auf dem counter gegen Prozent er der heißt auch wieder naja ist deswegen haben wir mal auf die Idee das ist ein guter Anime krass eine Empfehlung von mir für euch von euch von mir für mich von euch mir von euch mich mich es ist mein Name um er was war das noch mal eine um zum verband ja ja nein der verband ein marschmeldung warum habe ich nicht warum habe ich nicht noch den dick das mag ich nicht das Problem ich habe nur eine Slifer karte sein wenn du mir die rausnimmst dann kann ich dich gar nicht mehr angreifstechnisch töten ja du und jetzt kann ich das aktivieren und damit kann ich dann wenn ich sterben würde scheiße ist das klein okay ich kann gar nichts damit anfangen aber ich kann das hier tun oh nein und damit kann ich jetzt was da tun ja 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 aber ich kann das sehr aktivieren ja ja da bist du mein Schatz in deinem deck nein ob sie einfach nur genau weil sie nicht so leichter sterbe ist krassert die pläge und was ja ich kann auch messen job for peace aktivieren das hätte ich vielleicht machen sollen als sechs oder sechs hätte ich vielleicht messen job for peace aktivieren sollen hättest du mich gar nicht angreifen können ja das ist ja schlauer gewesen ich bin einfach ein genius der wird schon immer nicht zerstört was 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 wer was ich glaube du kannst deine karten boosten ich kann send one fandom nights monster from your deck to your gym to your gym ich kann teuer von karte und kenne die studie ah ok gut weg damit nein ach greif doch an du ich ich warte ja ich auch hä du musst irgendwas machen warum bin ich wieder dran aber ich hab keine karte gezogen du bist nicht dran du musst irgendwas machen nein ich bin mein zug wenn ich vielleicht da ach so ja das war das war gerade nur die Einleitung hä hä das übrigens jetzt ist nein ähm da müsste ich eigentlich was gegen haben hm kannst du aufhören immer meine karten zu klauen du nervige Fickfotze weg damit na aber nicht der hammer ja d die warte mal ich weiß ich einfach n wo ich gehen denn ich hab auch nen Konter für alle deine karten davor und … für die das ist ja das einzige was von dir helfen kann ist live war nicht mal das hier das von dem tecken nicht beeinflusst das magst du nicht ja und was wenn ich mich auch nicht aber ich habe noch eine hinterhand dreifach hält besser habe ich gehört es passiert nichts ich kann ja nicht mal die attack in den mits deklassieren weil ich in der ehemaligen fuhren er ist sie ja an der mann hier aber es ist ein bisschen so dass wir im chinesen wegspielten ich habe mir gestern dieser vorbekannte der mehr acht millionetech die er war ja alles durch fiktig du Hosensohn so sieht sich das deck für mich an aber vielleicht auch nur ganz vielleicht nix er diesen zug habe ich gewonnen wenn du jetzt nichts dagegen ich wette du kannst nicht hin zu gehören außer außer dass es jetzt richtig dumm das game also wenigstens das funktionieren das ist meine karte die verdeckte ich hab doch gesagt lasst doch meine karte auch nicht nein der ist von karten und einfluss das ist ein dummes und fähres deck noch eine runde ist eigentlich schon drei minuten das nächsten part einfach mal 30 minuten schau leute verpässt euch ich mache aber neue musik an was neue musik ist bald zu ende